generell so bei mir darf man reinkommen wie man möchte also in die fl man muss halt nur aktiv sein so letzte erste runde schief lage was habt ihr so schönes gemacht heute schreibt rein was habt ihr feines gemacht warte alle fleißig in der schule wieso habe ich jetzt kein skin was ist jetzt los wieso habe ich ihn kein skin an das ist jetzt passiert das ist kaputt alle haben gern skin hier ist das für ein bug wir gehen von einem backspiel ist damit das nächste rein irgendwie das gefühl jetzt schiebe ich euch dahin ach komm reicht nicht reicht nicht reicht nicht wir müssen da weiter anschieben leute und ihr müsst daran schieben ist doch schieben 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 schieb mich an da los archie helft mir terkelchen nein er hat es geschafft so ein arsch er hat es reingeschafft er lässt mich einfach alleine hier ich hab den ersten ring juhu oh mann oh den zweiten wie findet ihr das spiel diablo 4 eigentlich leute habt ihr schon mal gesehen weil es interessiert mich voll das spiel ich würde aber nicht die blau diablo 4 spielen sondern diablo 3 erstmal alle standen falsch ernsthaft alle standen falsch ich habe nicht aufgepasst alle standen falsch oh mein bro oh scheiße spike Nein! Oh nein, Spike, wir sind beide gleichzeitig abgestürzt. Das gibt's doch nicht. Oh man, das ist doch eine Kacke. Dieser scheiß Wind, ey.